ARD Text im Auftrag von Funk Was hast du gesagt da? Bin ich runtergeflantert wie ein Vogel? Nein! Irgendwer sniped auf uns ein Rex da! Ja ne ne ne... Oh gosh, ich bin wieder eingeloggt! Ja, beweg dich gleich! Wo ist unser Rex? Dahinten, der Koda hat ihm in die Bubble gemacht! Jungs, Alter, der Rex haut übelst damage wenn die da drüben schießen! Wie wars? Die ist hier! Da fällt ein Leiche runter! Weil der Bronto mit der Kanone, Jungs! Der Rex von denen ist fast tot da drüben! Die kriegen richtig so aus! Wie ne Kerze, Alter! Da unten ist ein Rex, ich snipe auf den Rex! Wo baut sich Gartu denn eigentlich auf? Ja, hinten dran! Auf unserem Teller, oder? Oder wohin? Ja, da wo Rama, das ist doch... Wieso, sind die doch? Die kommen von da unten mit dem Titan! Von wo? Feuern! Nicht mit dem Titan! Diplo und Rex! Hinten, wo Rama, wo hat der Koda? Die Tanken, den und den Turc, den Slayer, hinten wo man gebaut hat. Ich hab schon wieder Standbild! Toll! Also ich, 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 hier die Rexe hoch, vom Leben her! Ja, klar! Mein Schwein, aber das Schwein hat keine gute gute Funde. Ich sehe es ja. Wieder da hinten? Ja, also, wie siehst du. So, soll es nicht weiter через Reck�? Wir sind weggebombt! Wo ist der ja jetzt komplett weggeflogen? Guck sich das! John, wieder. What the fuck? Wer hat's komplett auf den Ort? Äh, hätten wir Fleisch dann, dann könnte ich ganz easy peés jetzt mal das Schweinhof viele habe gesagt. Guck mal, Guck mal, Guck mal! Nadal neben der Saison ich hab schon als fleisch gelootet müssen unsere rechse hochgehen weil es ein übelst du kommst mal wieder mit rex vor der Pronto ist wieder da und unten es sind ein und es sind 160 fleisch in einem schwein ich kann es mit 600 guckt mit hoch ich schieße auf deren Pronto da krieg 100 Schaden von der Tech Rifle ich schieße auf deren Pronto da krieg 100 Schaden von der Tech Rifle hey das ist ja nicht richtig geil bei Payne schießt du nicht achso Flammen auch ja erstmal mit Tech Rifle aufballern sobald es ein bisschen weiter voll ist wieder abkühlen lassen Alter Jungs wenn wir kurz davor sind zu gewinnen dann müssen wenn die da unten werden die Ding hochgesprengt Alter schießt zurück Payne pass auf kurz davor stürmen wir mit den Tieren raus und machen wir alles mit hinter uns kommt ein Tech Rex und ein Diplo der wollen mit dem Diplo tanken hinten Feuert den Pronto der geht unter den Rex und holt den Rex Reiter runter gut dann haben sie mit dem Punch Wonto brennt wieder Wonto rippt gleich warum war Max eigentlich gar nicht weil ich früher geschrieben hab Wonto rippt aber ich hab da nicht mitgekriegt dass er noch geblieben ist ich auch weil er wollte bestimmt ein paar Emotionen auffangen er wollte bestimmt ein paar Emotionen vom Chris abfahren das waren doch alle was nein ich mach ja die Rexe werden gut gehealt ich mach jetzt eine Healing Station in der Base kann einer aufs andere schweinen? wohl das ist zu viel nein Waren unten wieder die Gäste kaputt? ähm Rex schießt da drüben auf der Kippe auf unsere Shield auf die Base schießt da äh der konnte den Shield nun mal kein Damage machen ja ich wollte kurz sagen von der Indy boah mit Tech-Lagings konnte ich mir weggeballert ey die kommen mit zwei Tech Rexen vor unten komm jetzt mit Low Level weg die haben den Weg aufgesprengt wollen wir mit Ampere Racer runter springen? nein das eine Paracer hat so viel Loot drin ok ich hab in der Base ein Standbild muss wieder da unten ist der Diplo alter auf Shadow Stakes auch wenn ihr wollt euch nicht mehr gute Sniper ist weg wir haben noch eine Kanone mit der kann man zurückschießen alle die haben da unten sich schon wieder fast aufgebaut Idiot der hat seinen eigenen Teamkollegen weg gesprengt nice die Nacht bricht gleich an alter die Nacht bricht gleich an und du ist halt tot wir müssen nicht mehr lang Jungs wir müssen nicht mehr lang nur noch 8 Stunden der war komplett voll mit Kanonenkugeln ich hab alles alter können wir jetzt dann gleich mit einer Kanone gegen den Titan schießen wenn der kommt wir dürfen das eigentlich ich bin der Meinung wir dürfen das nicht benutzen wir dürfen alles benutzen wer ist das da drüben auf den ich gerade schieß einer von euch aber ich schieß aufs Paracer da unten mit dem Techrex alter bleib wie ich das Paracer da kommt ein Paracer mit Katapult wieder der hat der ist perfekt jetzt au au ich hab das snap maulwurf im unten der hat meine Gauntland sofort weggeballert oh die ist direkt auf neutral fack von der Hose die Kanonkugel tue ich unten mit dem rechten Tresor so weit es geht und die Nacht bricht an Jungs jetzt geht die Post ab alter du musst hier fast wie ein Techrex aufsetzen du musst hier fast wie ein Techrex aufsetzen ist man da na du triffst Nol du triffst hier richtig weit Noah der trifft wieder unten in der Schloss links kommt man auch wieder Techrex hervor ja die werte wieder mit Flammenwerfer bearbeiten wo ist geizlos alter guckt einer hier drauf ich brauch Hilfe oh die sind halt die drei Spieler die haben mit einem Schuss dreifern die haben mit einem Schuss dreifern gemacht er ist auch neutral er ist auch neutral YOLO YOLO oh oh holster Titan holster Titan wo ist der Titan irgendwas snipet auf mich maulwurf und sitzt da vorne YOLO irgendwo ist der Titan hochkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopfkopf Du brauchst ne Foundation für die Kanone, nur so zur Info Amperacer, boi Achso Amperacer, ne mach die am Boden Ok Wo ist er denn? Voll Nein Bitte nicht jetzt hier unten Standbild, ey, scheiße Gib ihm alles, gib ihm alles Ja, ich bin tot Denk ich Alles draufhauen, alles draufhauen, ey Mach Backspacer fest Lass ihn nicht sein, er legt das nicht Loll, er blootet schon Ey, ist schon RIP so gut wie RIP 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 TITAN Kanone schießt wieder Und so Loll, die Legs Ich muss mal rein zu gucken auf der Passat, nicht der Backspace No, er muss Backspace Die Damage stand auf meinen Rex nicht, Alter Wenn sie Rex zurück, ich push hinterm Titan wieder Loll, er kann nur, er trifft von hinten irgendwo Von irgendwo von hinten Ja, ich spiel' Von da hinten unten fliegt da eine hoch Wir haben da unten Wir haben da unten Wir haben da unten Oh, da ist ein Turret-Turm Da hab ich doch die ganze Zeit gesagt, ich hab die ganze Zeit gegen die gekämpft Jungs, jetzt gibt's Rambazamba Oh, keiner kann mir helfen Wie ist das Paracer tot? Das Paracer wird zurückgeportet Fuck yeah So 20 Sekunden Wir müssen nur den Angriff treffen Den Angriff, dann haben wir's Kannst nicht drunter schießen Bist du wieder da? 10 Sekunden Die sind schon oben Da kommt das Paracer schießen Die sind oben, oder? Ich suche irgendwas hinten wegzusperren, nochmal die Rampe nach oben Jungs Die sind oben, bei unserer Base Ja, das ist ein Radius Was von Radius bist du? Klar noch machen Oh, unsere Base kriegt voll Damage von vorne Minimal, oder was? Nein, nicht ganz minimal Nein, nicht ganz klar, so dass das niemand trifft heute Du hast minimal gemacht, RIP Ne Nein, wieder groß Das ist größer, mach sie jetzt sofort groß Das ist die Base RIP Mach's groß, mach's groß Mach's komplett groß Noah, geh rückwärts weg, geh rückwärts Der Paracer ist tot, oder? Alter, ich hab eins, ich glaub ich hab's gut geschossen Alter, die Base RIP nehmen Die schießen von drüben mit der Kanone Wenn Spice B weg ist, ist es egal, der Schredder muss stehen bei uns Ja, wir gehen jetzt Die Schredder mit allem verteidigen, was wir machen Daumenwerfer, Digga Und einfach re-placen die Wall Jungs, das wird gedefft bis zum letzten Mann Leute, da ist noch ein Deckgenerator drin Im Paracer, wollt sie mich rollen? Wir schießen von vorne Ja, alles vorne gegenwärts Geh jetzt mit Raketen einfach rüber Bis auf die Kanone, bomb, bomb, bomb Die ballern unsere Base ein, von vorne Nein Den Paracer mussten liegen Was? Was denn die uns erzählt? Ich hab Standort Gehen gehört Digga, wie lang muss man denn noch durchhalten, Alter? Das Techschild gibt dann 3 damage Die sind direkt unten dran, die Rexe Also offiziell haben wir in ein paar Sekunden gewonnen Ja, wir müssen aber jetzt noch deften Müssen wir das noch Doch, müssen wir Wir treffen mit den Rexen unser Techschild, Alter Wenn wir das treffen müssen, dann ist Rift Dann... dann... Ich hab... Ich hab... All-In-Raid Bis die Leute haben noch das Spiel kriegt, um sie mit der Tech-Wall zu Hat der noch Turrets, der Paracer da drüben? Nee, oder? Genau Nein Alles was Ketten kann Raketen, ich bin unter denen, ich schieß Raketen hoch Der kommt immer mehr Wir schießen die Gewicht in den Feuer, ja Wenn ihr das anpassen könnt ihr auch so gut Aber gar nicht Hahahaha Er hat's wohl auf zum schießen, Jungs Mit dem Tech-Rex Oh shit Oh, wie viel Tech-Rexe Jungs, Alter Willkommen auf die Fresse, Alter Flammenpfeile, auf geht Finale zu Ende, Alter Junge, erzähl mir keiner was Du bist doch Du bist doch Wiesst du mit dem Ziel, die oben? Wuuuuh Ich hab ein, Oli ist tot Hey, eine Sicht, in der geht's los, bitte Ich mach dir Ich mach dir Ich mach dir Ich geh jetzt mit dem Ziel, Leute Der stellt alle Tiere vor den Ich hab grad in drei runter geschossen Alter, dann ist A-Down Ich bin grad mit Rocket Launch am Verkrankt Ja Und flach Flammenwerf, Alter Brennen over Brenn die einfach runter mit Flammenwerf von Tech-Rüstung Mach die doch die ganze Zeit Eh, boah Kein Flammenwerf mehr Ich geh wieder auf, anfangen mit Tech-Rifle und so Äh, es laggt Es laggt Ich glaub der Server ist down Sehr geil Wenn wir jetzt nicht gewonnen haben Wenn der Server jetzt down ist und ein 30 Minuten Reset ist dann Ja, der Server ist Ja, der Server ist Ne, es geht wieder Leul Wer wird zurückgewinzt? Ne Es laggt wieder, es laggt wieder Nein, nein Nett Baust bin schneller mit Double Walls, ey Ja, Digga, wir haben doch schon gewonnen, Alter Man Es laggt Aber wie es laggt Das kannst du nicht halten, Alter Guck mal, wie viele Rackser da sind Da kannst du nicht nur Ich hab solche Lecks Ich kann nicht mal mehr Flammenwerfen Und machen einen solchen Rüstung Ja, meine Komm Ja, mach Nein, mein Brunnen Da hab ich den ersten Dash mitraut Jungs, iss mir Rille Wir haben mich nicht auf Ich hab noch einen, Gato ist tot Gato? Ah, du hast ihn Nice Ballerts Raketen auf die Rekse Schieß dich von den Reksen runter Ja Du willst einfach nur die Sputer treffen Angriff Is mir Rillo Ja Ja Ich bin einfach so Gestorben Ich habe noch eine normale Bootse und märkig Gott, hast du Ja, hat man Macht doch Ende, das ist doch keine Ende Oh shit Oh shit schilder steht die schießen nur noch mit der krexen von der entfernung ja einfach verkehrt von hinten haben wir nicht noch eine kanone schießt doch zurück jungs ja warum schießt er nicht zurück weil man den wickel nicht schafft macht das text klar dann trifft er nicht jungs er versteht es nicht selbst klar dann geht es weg aus fünf minuten geht es noch ich habe eine kleine kleine machen was noch für klar so dass das nimmer trifft trifft gerade noch was hast du jetzt macht bist du runter gesprungen warte es kommt der kann oder er trifft immer er trifft immer ist der steuer jawohl ist die ball auf voller nehmen sie treffen immer wo ist unsere kanone das schreibt er so wo ist die kanone eine paracea habe ich sie reingehauen einer ist ripper paracer dann müssen wir gucken ob der speck noch da steht oder so der parace ist natürlich ein tripp da wo es drin war die ball haben wieder mit kann ohne der ball auf voller nehmen sieg 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 geben blut noch ja Klapp! Hey Jungen, geh mal auf! Alter! Ja, huu! Nee, das ist so geil. So, Noah, jetzt kannst du schreiben und du gehörst in deinen Gästen. Das sind alle Versammlungen, aber alles sind Caps. Hey, ich kann nix schreiben, das darf ich sein. Nee, schreibst du gar nix. Schreib mal, schreib mal! Schreib mal noch in den Caps und in einer, dann schreiben wir das alle sechst auf Arme rein. Ich schreib, Die Girls in deinen... Ich hab schon. Mach, 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 mach. Du nochmal, ich hab grad Schattel. Unten in den FTSchill. Gern, warte, warte, warte. Du... Girls in... Ihr tät' ne holle Spieler. Ihr tät' alle von den Tech-Wechsen. Los, was machst du denn da? Hä? Okay, seid ihr fertig zu sclamm? Warte Na, warte Einmal Ich hab schon reingekopiert Macht ihr euch auch Los, los Drei 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 Warte Eins Wir haben noch einen tot, Hugo ist tot Boah, schau Wie ich dich geil bist Okay Nice Was? Geil Schau, das ist mal was Was? Alle kriegen Zugang, die jetzt zum Schluss gekämpft haben Was? Los 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 Wow Alter Der kann da zwei Sieger Der kann da zwei Sieger Oh Zwei Frackten, zwei gemacht Junge, son, hat den Kursbelot Aber das sieht gut Er ist drin Der ist drin Der ist alle ein Nock Kick auf dem Rechtsen Hey, Junge, 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 wer war das an? Lass mal oben rein, wer muss weg? Nein, nur noch Nohan tot Nohan tot Oli tot ich habe es gut wir sind ziemlich zuerst mit ihm macht's ja sehr gut ja aber was tun wir jetzt hin aber als ob alle im meistersten da dies sind wir ja schön mein Zimmer zum DW Leute was? Jungs, 10.000 Abos incoming was? ohhh, die nächsten 2.000 ohhh, Punkte aber Punkte gesammelt 10.000 Abos incoming Jungs Abonnenten oh ne jetzt kriege ich einen Crash Leute haben auch tausend Leute haben auch den Fat Damage LOL, Alter